Junge, das ist der absolute Horror! Yo Leute, ich bin Seraphis und willkommen zu einer weiteren Runde von FNAF 2. Das letzte Video dazu ist bei euch sehr gut angekommen. Und ich dachte mir mal, wenn es so gut bei euch ankommt, mache ich noch einen Teil. Wie wäre es damit? Und zwar habe ich in der letzten Folge Runde gefailed. Oh Junge, ich habe aus Versehen auf neues Spiel gedrückt. Aber ich habe mir die zweite Nacht zurückgeholt, in der Aufnahme sogar. Das war episch. Deswegen checkt ihr unbedingt aus. Und checkt auch gerne Hello Neighbor aus. Das letzte Video ist oben rechts im Infokasten verlinkt. Ich hasse auf jeden Fall FNAF, weil es zu gruselig ist. Das nervt einfach nur noch. Da sind wir in der Runde. Das Telefonat muten wir. Wie immer. So, wir benutzen so wenig wie möglich unsere Taschenlampe. Die dumme Taschenlampe. So, der Balloon Boy. Der ist auf jeden Fall unser Kumpel. Es läuft auf jeden Fall. Ja. Die sind auf jeden Fall noch da. Wir haben 12 Uhr. Und der Balloon Boy chillt hier auch immer noch. Ja, zum Glück. Denn ich habe keinen Bock auf ihn. Wisst ihr, der klaut mir einfach meine Batterien. So, wir drehen wieder. Und lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr unbedingt mehr FNAF sehen wollt. Dann kann ich das auch sehen. Price Corner. Show Stage. Kids Cove. Okay. Game Area. Ja, natürlich. Der Balloon Boy ist in der Game Area. Right Air Vent. Left Air Vent. Partyraum. Part... Oh. Main Wall. Okay. Was? Einer ist weg. Wie? Wie? WTF? Wie soll er weg sein? So früh? Um 1 Uhr. Der ist bei Cam 3. Junge, wir haben nicht Nacht 4. Ey. Das war nicht nett. Oh, oh. Und da ist Mangel. Ich habe auch, wie gesagt, die Story... Äh... Ich habe, wie gesagt, auf die Story reagiert. Oh, oh. Hä? Der Balloon Boy ist weg. Checkt die Story gerne aus. Also, auf dem Zweitkanal das Video. Da habe ich darauf reagiert. Und meine Meinung auch ein bisschen gesagt. Wenn ihr mehr Bock auf so Reaktionen und sowas habt, dann checkt ihn gerne aus. Ist verlinkt in der Beschreibung und oben rechts im Infokasten. So. Junge, bitte. Ich will keinen Stress. Junge, Junge. Hä, wo... Nein! Hä? Luftschacht? Das müsste Luftschacht sein. Weil da ist niemand. Da ist einfach niemand. Junge, Junge. Da ist niemand. Und es gab einen Tipp, dass ich die Maske aufsetzen soll, wenn ich niemanden sehe. Also, wenn die im Luftschacht sein sollten. Nein! Ich muss drehen. Ich muss drehen. Zack. Uff. Das nervt ein bisschen. Das nervt ein bisschen. Oh, oh. Oh, Gott. What? Wo bin ich? Was? Hä? Da ist doch der, der die Geschenke verteilt. Oh, oh. Der wird jetzt geholt. Wow. Wow. Ey! Was ist das für ein Müll? Junge. Die Freddys. Junge, das ist der absolute Horror. Wow. Junge, was war das? Ich hasse die Animaltronics. Ich konnte gerade das Minigame gar nicht zocken, weil ich so Schiss hatte. Ich bin doch bei Nacht 2. Das war nie da. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der letzten Runde. So, da sind wir wieder. Ich muss sie ja auch anleuchten. Ne? Das zeigt mir mehr. Das gibt mir mehr Zeit. So. Und wir werden einfach nicht angerufen. Krank. Sehr krank. So. Ich überlebe nach 2 nie. nie im Leben. Das nervt. So. Dreh einfach. Zack. 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 Oh. So. Ich weiß ja nicht. Ich muss einfach nur drehen und die beobachten. Aber mehr kann ich ja nicht machen. Außer die Maske aufsetzen oder die anleuchten. Ich zocke auch in letzter Zeit mehr FNAF 2 als 3. Weil ich auch in FNAF 3 aus Versehen die zweite Nacht geschafft habe. Ich habe privat so ein bisschen gezockt. Und jetzt kommt da noch irgendwie so eine Ente oder so. Und jetzt habe ich davor Angst. Oh, Mangel. Einer ist weg. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Die gehen wieder den gleichen Weg. Wow. What? Junge Mangel rastet aus. Ey, ich will es nicht mehr spielen. Könnt ihr vergessen. Ey, das könnte sowas von knicken. Junge. Ey, save that shield. Nur noch Mangel. Ich sehe es schon kommen. Nur noch Mangel. Ja, natürlich. Warum nicht? Die sind irgendwie stärker geworden. Ey. Seid doch nicht so stark. Hi. What? Wo, hi? Äh. Junge. Oh, oh. Ja, alles klar. Alles klar. Ne, ich werde es einfach lassen. Ich lasse es sein. Meine Taschenlampen sind... Meine Taschenlampe ist weg. Ja. Ich lasse es sein. Mit dem Leben. Leider. Ja. Ne. Das ist einfach schwieriger geworden. Das ist wie nach drei. Vier. Fünf. Oh, oh. Luftschacht. Luftschacht. Ey. Das ist einfach blöd ohne Taschenlampe. Dann hat man verloren. Ich kann dir nicht anleuchten. Bestimmt ist der Foxy. Der mich... Oh. Mann. Naja. Das waren dumme Runden. Dumme Ereignisse. Dummes Minigame. Das ist mein Fazit. Aber nehmt es nicht zu ernst. Naja, damit würde ich sagen, das war es mit einer weiteren Runde von FNAF 2. Lasst unbedingt ein Like da, wenn ihr mehr sehen wollt. Abonniert meinen Kanal, um kein neues Video zu verpassen. Checkt gern meinen zweiten Kanal aus. Link in der Beschreibung. Folgt mir auf Instagram und Twitter. Alles in der Beschreibung verlinkt. Und habt noch einen schönen Tag. Schreibt mir Tipps und ciao.